hi ihr lieben also heute geht es mal wieder zum sport als die letzten tage gar nicht wollte eigentlich aber es kam immer irgendwas dazwischen aber das ist immer die die bank des teufels würde ich mal so sagen wenn ihr euch etwas vornimmt und es dann letztendlich nicht bewerkstelligt dann zieht sich das immer mehr in die länge und immer die länge und die länge und die länge und länge und länge und dann wird fauler und fauler und fauler und das darf einfach nicht geschehen deswegen ist jetzt auch eine neue woche entstanden oder beziehungsweise ist eine neue woche und ihr habt ja auch schon gesehen meine post und so weiter und so fort am frühen morgen und ich bin energetisch wie je zuvor wie immer und ihr wisst ganz genau woran das liegt an meiner inneren energie an den kapseln an dem was sie ausmachen und dass man sich damit auch super wohl fühlt und sie sind halt auch ideal für die abwehrkräfte sekundäre pflanzenstoffe sind drin und vieles vieles mehr und wenn ihr mehr darüber wissen wollt dann meldet euch würde mich mega freuen also wie gesagt das ist das was ich heute zum montag sagen wollte habe ich alle super lieb steffen gerlachs sie zu hallo steffen schön wie sieht bei euch aus auch so koppelig wie hier also hier ist einfach nur koppelig wie auch immer man das nennen mag auf jeden fall geht es jetzt zum sport und habe ich jetzt mega fan dran geht es eine stunde beintraining und brusttraining und dann halt auch boden und für den rücken was tun ganz ganz wichtig und wünsche euch auf jeden fall einen wunderschönen tag und falls ihr noch fragen habt und vieles vieles mehr zu go wember challenge dieses noch vier tage noch genau vier tage ist sie bis zum 13 november könnt ihr euch anmelden dann werdet ihr die challenger für den 2018 im dezember wo dann halt auch wieder eine neue challenge beginnt mit neuen plänen und so weiter und so fort das heißt govember challenge ihr kriegt von mir rezepte for free und das coaching for free bis dahin ciao ciao